Ich will Deutsch vertellen, Dennis geht in den Bad und ich werde blazen. Herzlich willkommen auf das... Nicht schudden mit der Kamera. Warum? Herzlich willkommen auf das nederlandische Fernsehenprogramm. Prüfkaninchen. Prüfkaninchen, das Unterteil der Survival Zuhause. Das ist mein Freund und Präsentator der Fernsehen, Dennis. Storren. Und das ist Valerio Giuseppe Peppinochiro Cero. Und Dennis geht in enkelen Augenblicken im Bad. Im Bad. Und dann mache ich dieses Schlang um mich hin. Und gehe ich blazen an die Palme. Was ist das? Aber das ist ganz fabelhaft. Ja, was ist das? Das ist wahnsinnig und lache. Und blaasjes pijpen. Ach, mein Gott. Ah, mein Gott. Na. Ja. Ich bin froh, dass ihr nicht mehr zin habt. Normalerweise machen wir das ab. Ah! Pimmels auf der Bühne. Ich bin es gut. Das kann ich. Blazen. Ich bin es gut. Ich bin es gut. Okay, ich bin es gut. Okay, ich bin es gut. Ich bin es gut. Ich bin es gut. Ich bin es gut.